Estre muss dafür bezahlen. Ihr wollt, dass ich Estre nachspüre? Es ist eine etwas subtilere Angelegenheit. Mein Zug wird mich durch Morgenrot führen, doch meinen Augen zufolge ist der dortige Stiftsfugt Sinyon ein Unterstützer des Schleiererbes. Falls Estre geflüchtet ist, könnte sie dort Verstärkung finden. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Geht nach Morgenrot und sprecht mit Sinyon. Seid dort meine Augen und vergewissert euch, dass die Stadt sicher ist. Okelmo ist bereits nach Ersthalt weitergezogen, um dort seine Vorbereitungen zu treffen. Ich darf nicht zulassen, dass Estre den Zug behindert. Rasumdar und ich haben viel zu besprechen. Gut, ich werde mich vergewissern, dass Morgenrot sicher ist. Und Pyrta, er ist der Letzte. In Ordnung, wir werden sie finden. Immer schön. An eurer Stelle würde ich nicht in die Stadt gehen. Reist einfach weiter nach Ersthalt. Stiftsfugt Sinyon, ich bin gekommen, um mit euch über Sippenhochgrist in Estre und der Schleiererbe zu sprechen. Estre, wenn ihr doch nur früher eingetroffen wärt. Es ist eine Lektion, die ich nie vergessen werde. Sie hat meine Stadt verwüstet. Wenn ihr helfen könnt, dann sprecht bitte mit Landere. Irgendwer. Ach, wie schwer ich es doch habe. Halt! Morgenrot befindet sich mitten in einer Evakuierung. Niemand darf noch einmal hinein. Was ist hier los? Dädra, diese arme Stadt wurde von den Bestien verwüstet. Wir konnten den Ansturm abschmettern, aber hier herrscht immer noch Großes durcheinander. Wir müssen die Dörfler hier rausschaffen, damit wir mit den Aufräumarbeiten beginnen können. Aha, kann ich irgendwie mit anpacken? Sicher, ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Ich wollte einen Trupp auf die Suche nach diesen Bürgern schicken. Hier habe ich eine Liste. Trefft mich am Herrenhaus in der Mitte der Stadt, sobald ihr sie finden konntet. Gut, betrachtet es als erledigt. Viel Glück da drin und hütet euch vor der Unheilsbrot. Sie sind wie Dädrische Ratten. Habt ihr Zeit für ein paar Fragen? Warum haben die Dädra hier angegriffen? Das weiß nur Auriel. Morgenrot ist nur ein Versorgungshall zwischen Ersthalt und Himmelswacht. Sie ist wie jede andere Stadt in Auridon. Ich bin nur froh, dass die Sippenhochfürstin nicht hier war, als sie zuschlugen. Sie ist ein oder zwei Stunden zuvor abgereist, ehe wir die ersten Dädra sahen. Estre ist eine Verräterin. Sie ist die Schleierkönigin. Nein, wirklich? Möge sie dreifach verdammt sein! Wenn sie zu solchem Verrat fähig ist, dann ist sie vielleicht auch daran beteiligt, was hier geschieht. Das wird wohl ein Kampf. Puh, jetzt bin ich aufgewärmt. Entschuldigt mich bitte. Ich muss ihren Ring finden. Ohne ihn kann ich nicht aufbrechen. Nein, jetzt nicht. Ihr müsst wirklich von hier fort. Ihr könnt später wiederkommen, um den Ring zu suchen. Nein, nein, ihr Ring. Er ist alles, was mir noch geblieben ist. Alles, was ich von meiner Pfarrer noch habe. Ich habe, ich habe ihn nur verliegt. Wenn die Dädra euch hören, werdet ihr nicht mehr dazu kommen, nach ihm zu suchen. Habt ihr das verstanden? Verdammt. Na schön, na schön. Ich gehe. Meine Pfarrer. Werde ich dich je wiederfinden? Lebend findet ihr sie eher als tot. Setzt euch in Bewegung. Sofort. Dieser Altmäher ist tot. Er wurde vor seinem Tod schlimm verprügelt. Die Leiche untersuchen. Ihr findet einen hölzernen Anhänger, der ihm um den Hals hängt. Der Anhänger trägt folgende Gravur. Für meinen geliebten Vater. Deine Ella. Den Anhänger nehmen. Kann mich jemand hören? Ich brauche Hilfe. Habt Dank. Den Acht sei Dank. Bitte sagt mir, dass die Seesoldaten angekommen sind. Ja, sind sie. Sie sind hier. Und sie haben die Dädra zurückgeschlagen. Wirklich? Ist es wirklich sicher? Ja, geht einfach von der Stadt aus nach Süden. Drei- und fünfmal bin ich gesegnet. Vielen Dank und seid ebenfalls gesegnet. Ihr auch. Gebt auf euch Acht. Üffre, beschützt meinen Vater in diesen schweren Zeiten. Mein armer Vater. Verdammte Dädra. Ihr müsst gehen. Ich kann nicht. Ich habe Vater versprochen, hier auf ihn zu warten. Ich werde nicht gehen, bis er wieder da ist. Er wird nicht mehr kommen. Es tut mir leid, aber euer Vater ist tot. Hier, ich habe seinen Anhänger gefunden. Nein, das kann nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein. Er, er war doch eben noch da. Gut, gut, ich gehe ja schon. Nehmt den Anhänger und verlasst die Stadt. Es tut mir leid für euch, Elani. Wir mögen hier keinen Ärger. Ich habe gesehen, wie einige der Stadtbewohner Richtung Postenkette gingen. Wie war es? Gut, ich habe alle befreit, die ich finden konnte. Almion, Elanys Vater, war bereits tot. Das arme Mädchen. Vielen Dank für alles, was ihr noch tun konntet. Inzwischen habe ich eine Patrouille ausgeschickt, um Jagd auf die restlichen Dädra zu machen. Sie sollte sich bald zurückmelden. Kann ich sonst noch etwas tun, wenn ich schon mal hier bin? Vielleicht. Da wäre... Hauptmann Landare. Artinär, erstattet Bericht. Es sind die Dädra, Hauptmann. Sie sind wieder da. Und das in... Wir wurden überrannt. Ein Glück, dass ich es überhaupt hierher geschafft habe. Wir... Arti, was ist passiert? Sie sind wieder da, Hauptmann. Die Patrouillen halten wohl nicht mehr lange durch. Verflucht sei diese Stadt. Nun, das ist nicht gut. Ja, richtig. Was ist der nächste Schritt? Geht da raus und sucht nach unseren Patrouillen. Sie brauchen Unterstützung. Ich muss hier die Verteidigung überwachen. Möge Auriel uns alle beschützen. Einverstanden. Ich werde sie finden. Ah, endlich frei. Hab Dank. Das war knapp. Ah, endlich frei. Den Göttern sei Dank. Ich habe euch gefunden. Den Göttlichen sei Dank, dass ich euch gefunden habe. Ihr müsst Landaree finden. Sie steckt in Schwierigkeiten. Was ist geschehen? Eine der Patrouillen ist zurückgekehrt, dank euch, und hat einen Höhleneingang im Nordosten gemeldet. Landaree konnte nicht abwarten. Sie hat sich einige mehr geschnappt und ist zu den Höhlen aufgebrochen. Moment, äh, sie konnte nicht auf weitere Hilfe warten. Sie war schon immer so. Ich mache mir Sorgen, dass sie in der Klemme steckt. Helft ihr bitte. Vielleicht könnt ihr ihr ja die Flausen austreiben. Seid unbesorgt. Ich werde sie finden, Feldwebel. Wir sehen uns auf dem Anwesen wieder. 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 Wir sehen uns auf dem Anwesen wieder zum Anwesen wieder. Und wie immer sie sich befragt. hier das ist quora mir mein patrouillenführer er hat keinen guten tag wir alle haben keine guten tag was hat er gefunden es gibt zwei drei mora tiefer in der höhle sie bereiten jetzt gerade eine massenbeschwörung vor es ist an euch ich kann quora mir so hier nicht zurücklassen gut ich werde mich um sie kümmern hauptmann danke ihr hattet übrigens recht estra ist nicht nur beim schleier erbe sie ist auch noch eine dreifach verdammte kultistin quor hat belauscht wie die sippenhochfürstin mittels einer magischen übertragung zu diesen de tra gesprochen hat noch ein verbrechen mehr für die magistrate ich werde sie aufspüren sobald wir uns um diese de trage kümmert haben gut in der zwischenzeit bringe ich quor zum herrenhaus zurück trefft uns dort verstanden ich sehe euch dort hauptmann und 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 Das war's für heute. Ersthalt brennt bereits unter meinem Blick. Armselige Sterbliche! Ihr könnt die Herren nicht aufhalten. Ersthalt ist der Schlüssel. Ohne Eirens Männer im Norden können sich unsere Maorma Verbündeten frei bewegen. Dieses kleine Dorf niederzubrennen ist nur ein Spaß. Ja, aber ich tue es für euch, Fürst Dagon. So wie ich alles für euch tue. Meine neue Freundin! Ihr lebt! Ich hatte es gehofft. Wie ihr sehen könnt, haben wir Verstärkung bekommen. Die Dremora wurden erledigt? Ja, ich habe das Ritual unterbrochen. Es wird im Moment keinen weiteren Angriff geben. Dreifach gesegnet sind wir! Ich hätte Urkelmo nicht um eine bessere Seesoldatin bitten können. Was ist mit Estre? Habt ihr noch mehr erfahren? Ja, konnte ich. Morgenrot war nur eine Ablenkung. Ersthalt ist Estres wahres Ziel. Ich hatte es schon im Gefühl, dass es noch schlimmer kommen könnte. Wir müssen Fürst Rieles in Ersthalt Bescheid geben. Und zwar schnell. Ja, ist es euch möglich, dass ihr rechtzeitig eine Warnung dorthin bringen könnt? Also ab dem Punkt hat sie nicht mehr gesprochen oder den Teil nicht mehr besprochen. Und ich habe das einmal abgebrochen. Ob das jetzt an mir liegt oder an dem. Sie hat nicht mehr gesprochen. Also sie sagt... Nun, das werden wir sehen. Doch unabhängig davon, im Namen aller Bewohner hier. Vielen Dank! Ich hatte so ein Gefühl, die Wahrheit wäre schlimm. Es ist gut, dass Urkelmo mit einer kleinen Truppe vorausgeeilt ist. Ich hätte es gehasst, wenn die Königin die Stadt zuerst erreicht hätte. Aber Rieles, wir müssen ihn warnen. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig.